Der Kalima, ein neuer Motorsegler der 4 Meter Klasse von Robbe Modell Sport. Ausgeliefert wird er in zwei Versionen, einmal in der ARF oder wie hier gezeigt in der PMP Variante, wo bereits der Motor mit den Aluspinner, CFK-Glappluftschraube und allen Servos mit ihren Verkabelungen verbaut sind. Sie benötigen nur mehr einen Regler, den Empfänger und einen 4 bis 5 S 5000 mAh Akku. Der vierteilige mit Eurocover bespannte aus Styropor GFK Apache aufgebaute Flügel verspricht hohe Festigkeit in jeder Fluglage. So kann der Kalima auch sehr sportlich geflogen werden. Klappen vollgesetzt, baut der Kalima rasant die Geschwindigkeit ab. Hier zeigen sich wieder seine absoluten Allrounder Qualitäten. Musik 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 Bei einem rasanten Abstieg nimmt er sehr viel Energie mit und macht dadurch riesen Spaß beim dynamischen Fliegen. Auch das Landen ist mit dem Kalima überhaupt kein Problem. Dieses ist mit voll gesetzten Klappen absolut präzise möglich. Der Kalima ist ein absoluter Allrounder, der den Piloten immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das Landen ist mit der alegen Fliegen. Der Kalima ist ein absoluter Allrounder, der den Piloten immer wieder ein Lächeln mit dem Kalima ist. Vielen Dank.